In dieser Reihe werfen wir einen näheren Blick auf spezifische Spieleigenschaften und tauchen tiefer in Mittelerde, Mordors Schatten ein. Wir beginnen mit einem genauen Blick auf Taliens Waffen und das Runenverbesserungssystem. Runen verstärken Taliens Waffen mit mächtigen Zusatzfähigkeiten. Sie werden als Beute fallen gelassen, wenn feindliche Hauptmänner bezwungen werden. Die Ausnutzung der Schwächen eines Feindes wirkt sich auf die Art der Runen aus, die fallen gelassen werden. Unterschiedliche Runenkombinationen verstärken die Macht von Taliens Waffen auf verschiedene Weise. Epische Runen sind seltene und mächtige Verbesserungen, durch die Taliens Waffen noch legendärer werden. Wenn er epische Runen an seinem Schwert Erfail, seinen Bogen Askar und seinem Dolch Arkan anbringt, werden diese bei jeder Bestie und jedem Feind in Mordor berüchtigt und gefürchtet. Um eine epische Rune zu finden, muss Taliens einen Hauptmann beherrschen und ihn seinem Kriegsherrn eine Todesdrohung überbringen lassen. Wenn er erfährt, dass ihm Taliens auf den Fersen ist, umgibt sich der Kriegsherr zu seinem Schutz mit Leibwächtern. Den Kriegsherrn und seine Bande zu besiegen ist nicht leicht, wird jedoch großzügig belohnt. Nach Wahrmachung der Todesdrohung lässt der Kriegsherr eine epische Rune fallen. Diese epische Rune verstärkt Feuerpfeile mit einer mächtigen Explosion. Das ist nur ein Beispiel von vielen einzigartigen Waffenverbesserungen. Durch verschiedene Runenkombinationen und Waffen wird Talion zur Legende. So trägt er einen ganz Mordor unvergleichliches Arsenal mit sich. Die Mordor Body Die Mordor Body Bis zum nächsten Mal.